Hey liebe Leute, mein Name ist Friedrich Mückel, ich melde mich hier aus München und ja, ich wünsche dem Klack-Theater, dass es bald wieder, und dem ganzen Team vom Klack-Theater, dass es bald wieder auf der Bühne stehen kann für euch, dass es wirklich bald wieder spielen kann, dass es einen ganz normalen Betrieb aufnehmen kann wieder, dass ihr auch die Chance habt, wieder ins Theater zu gehen und dem Team zuzuschauen und dass das Theater, ja, wie auch immer, hoffentlich in der kleinsten Weise, die irgendwie möglich ist, so wenig wie möglich Schaden nimmt von der, ganzen Krisenzeit. Hoffentlich halten alle noch ein bisschen durch und dem Theater sei vergönnt, dass es bald wieder wirklich die Vorhänge aufziehen kann und ja, viele Grüße an euch alle und ich glaube dran, bleibt positiv, bleibt gesund und haltet durch. Ciao!